Der Moesbaker-Löwe, Penzyraleo fossilis, ist eine ausgestorbene Großkatze des frühen und mittleren Pleistocen. Er gilt als frühe Unterart des Löwen, Penzyraleo. Die Namensgebung erfolgte aufgrund fossiler Funde in Moosbach, nahe Wiesbaden. Erstbeschreiber war der Paläontologe und Naturforscher Wilhelm von Reichenau, 1906. Zahlreiche Reste des Moesbaker-Löwen, wie Kieferteile oder Zähne, befinden sich heute im Magazin des Naturhistorischen Museums in Mainz.